Brabandeas New Icon Treteimer sind in vielen schönen Farben und Größen erhältlich. Dieser hohe 30 Liter Treteimer hat jede Menge Inhalt für einen turbulenten Familienhaushalt. Die perfekte Wahl für die Küche oder ihren Hobbyraum. Das Pedal lässt sich leicht bedienen und der geruchsdichte Deckel schließt langsam und leiser. Dank der großen Öffnung kann Abfall problemlos ohne Verschütten entsorgt werden. Die Perfect Fit Brabantia Müllbeutel haben ein Farbcode-System. Der Farbcode steht innen in Ihrem Brabantia Abfalleimer, damit Sie immer die richtige Größe wählen können. Verwenden Sie für diesen Abfalleimer die Perfect Fit Brabantia Müllbeutel mit praktischem Zugband in der Größe G. Die Müllbeutel lassen sich einfach unsichtbar anbringen. Sie können den Treteimer mühelos mit Hilfe des intelligenten Griffs am Deckelscharnier transportieren. Der herausnehmbare Kunststoffeinsatz lässt sich leicht säubern. Der rutschfeste Kunststoffboden bietet höchstmögliche Stabilität und schützt den Fußboden vor Beschädigungen. Der New Icon Treteimer hat einen besonders großen Inhalt von 30 Litern. Er hat einen Durchmesser von 29,3 cm und eine Tiefe von 38 cm. Bei geschlossenem Deckel ist er 67,9 cm hoch und geöffnet ist er 93,6 cm hoch. Der New Icon Treteimer ist in vielen Farben und Größen erhältlich. Er ist für die tägliche Benutzung entworfen und hat 10 Jahre Brabantia Garantie und Service.